Moin Moin, hier ist Mo von GenoTV. Willkommen zurück zu Let's Play Renoir Part 21 und wir müssen über den Steinspringen, yeah! Und die Zentrale anrufen. Wir sind eiskalt. Wir sind Nico Bellic. Phelps Badge, 1247. Wie kann ich helfen, Detective? Ich brauche eine Interrogation in Central für beide Suspekte, die in dem Mahler-Homiside-Kase beitragen werden. Sicherlich, Detective. Ich werde mit dem Steinspringen kommen. Danke. Du kannst fahren. Und wir sind genau hier. Ich sage, wir machen Rooney für das. Ich denke, wir sollten es auf ihm legen. Er war nahe der Auto, er hat eine Jewellery, die DA will ihn für ihn lieben. Auch wenn er es nicht gemacht hat? Wer weiß, ob er es geschafft hat. Du hast Kinder, doch? Er muss permanent aus Verlust von harmlos ausgenommen werden. Und wir lassen Moiner schlafen? Für einen Moment. Er bekommt einen freien Weg von mir. Wie in der Hausmaschine. Und hier. Moin Moin, da ist sie. Was sind die normalen Verwendungen für diesen typen Röp? Auf Böden, Böhrungslinien. Genau, obwohl Ray sagt, dass sie manchmal als Böhrlöpungen in Kirchen sind. So, schauen wir mal an, einen Säler oder einen Minister? In meiner Erfahrung haben sie das größte Libido. Hat Frau Muller kriminell abgetan? Keine externe oder internen Tränen von Seamen. Danke, Frau. Alles, was anderes kommt, lasst uns wissen. Wir müssen diesen Typ nennen. Oh, was hat er da rausgeholt? Oh, 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 oh. Mir wird schlecht, nee, alles gut. Ich bin gewöhnt, so eine Pampe zu sehen. Dazu bin ich einfach viel zu abgeherttet. So, einsteigen und ab zur Verhörung. Leute verhören, wo ich wieder ablose. Rusty, das ist wie etwas aus dem Puls. Hast du das gleiche als ich leuchtet? Ich dachte, du wärst meistens zu krank, um durch ein Magazin zu gehen. Wenn ich ein Einer öffne und blöde, kannst du nur über die Prüche ausführen. So, dann sag mal an hier, wer wo drinsitzt, die werden ja sicherlich in zwei verschiedenen Räumen sitzen. Ihr dürft nicht auf mich in hier, Phelps. Sind sie bereit? Boller sind in zwei und die Perverte sind in einem. Geh in da und bekommst eine Verwaltung. Ja gut, dann gucken wir doch mal erst in der Nummer zwei. Captain. Wir waren auf unserem Weg, um Eli Rooney zu interviewen. Ja, Phelps, ich weiß. Nein. Diesen besonderen Fähn ist eine alte Begegnung. Ich habe versucht, seine Verwaltung in einem schuldvollen und schuldigen Gott zu reaffirmieren. Und egal, wo er geht, werde ich persönlich mit ihm beschäftigen. Ich bin ein Verwaltung. Ich bin ein Verwaltung. Ich bin ein Verwaltung. Hast du mich gefragt, für deine Sympathie, Junge? Wieso ist das so blutig im Gesicht? Was? Das ist eine Verwaltung. Ich bin ein Verwaltung. Eine Familie hat sich gerettet, in der weißen Räume. Aber du hast einen Job. Ein Parole muss das einen Job. Ich habe mir einen Job in San Pedro. Ich habe mir einen Job hier in San Pedro. Ich bin mir ein Job. Ich bin etwas Neues. Ich bin etwas Neues. Ich bin mir nicht schuldig, Eli. Wenn ich einen Eingang schieße, zu finden, dann herausfinden zu schreiben. Und dann hat er sich verwendet, dass du Zeit in der Zeit verwendet hast. Ich bin nicht schuldig. Ich bin nicht schuldig. Ich bin nicht schuldig. was ist mit dem overall hier nach scheiße mehr das war das war you ever tie up any of your victims you like it's not a nice thing to go call what would you call i can't say i learned long time ago not to talk about the things i like talking about it just seems to give people's dander answer the goddamn question rooty before i bring you see what i mean short answer is yes you have any preference regarding rope eli i know a good rope from a bad rope if that's what you mean that's not what you mean is it any old rope will do me fine how long is this gonna take why are we talking for you where is the phone you're lying eli you're a creature of habit you just got out of jail and you're back to your old ways you use a specific type of rope that may be the case but you got nothing that says i used a rope to hurt that woman i think you should let me go is there some money coming my way for finding that butterfly you killed mrs moeller and stole her jewelry that ain't so i ain't nothing like that you have no job and nowhere to live by the smell of things and you need money you've been in trouble before eli who do you think a jury will believe i've been in trouble for other things but i ain't never killed no one i saw that car coming to the parking lot late last night man got changed there and put his coveralls in the trunk i saw him drop the butterfly in the lamplight and he strolled out cool as you like and i went over and i picked it up i don't like you eli i think you're an evil man i think you try to pass off your pain to other people i can't make you for this case but my consolation is that i don't think you will be out of prison for very long you can count on it shit bird by the way eli the captain and the hat squad would like to talk to you next any idea what they might want to talk about my money you go more than number one suspect the evidence is solid i think it's time it's not for the wrong secretary mother with 13 if you here's where we stand your next door neighborhood screaming coming from your house you were burning your bloodstained shoes you have no one who can confirm your whereabouts last night your daughter says you're a violent man we have everything we need to send you to death row and all you have to say for yourself is i didn't do it i swear i didn't kill her give me that light test i can prove it oh man why did you burn your shoes you go because i knew you'd never believe me yes that's a pretty short answer i don't believe him are you going to tell me what i want to know or do we have to take it out of you in lumps give it your best shot i can take whatever you throw in 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 you know anything about ropes, hugo? as much as the next man i was a scout i learned some more in the army your wife was strangled with a braided rope which we found in the trunk of her car i think you bought that rope specifically to strangle her you can think whatever you want but that rope has nothing to do with me my wife is... the victim here but uh... so am i what am i gonna do without her and you you heartless bastard your wife was beaten with a tire iron, hugo? an appropriate choice of tool for a mechanic i know nothing about any... tire iron you're lying, hugo? you're gonna have to come clean on this you got no proof i want an attorney i'm not answering any more questions than this i'm so dumb, ey i get an attorney oh man, ey kann man das irgendwie nochmal ach, ist eh alles verkackt someone parkt at the school late last night do you have anything to say about that? it wasn't me hey where do you keep your work clothes i keep them at work in my locker enough lies, hugo? your overalls put you at the scene of the crime last night my overalls are in the laundry of my house so, jetzt nicht verklicken green overalls, bloodstain with the initials H.M. found in the trunk of your wife's car they can't be mine why, hugo? because if they were yours they'd be in the incinerator too hugo muller, i'm charging you with the murder of your wife you'll be arraigned and taken before a grand jury book and rusty with pleasure okay, i don't know i have to say, i'm disappointed i stood in front of a troop of reporters and made promises promises of swift and fearful retribution and you bring me an arm of vagary and happenstance you made the department look bad, lad do it again and your career as a policeman will come to an abrupt and ignominious end you two are back on the streets find street criminals roust them beat them and restore some ferret to your police work your next case will come when you've revived my faith and your abilities i'll get out of here okay is already lame what is that and you? um or you're slow? what is that? Scheiße. Unbürgerlich. Scheiße. Ja, total verkacklich. Sagt ja, ja, meine, verkacklich sind mal. Warum denn? Boah, verdammt du die. BELT! Wir haben hier zwei regularer Arme. Lieutenant! BELT, wir waren über das. Der Sniper hat dich gar nicht auf der Bühne gefehlt. Und bis die Mission ist über, werden wir keine mehr Saluting oder Signale von Bremen. Ich bin in charge hier, Metier! Wollt ihr, die Bürgern zu interagieren? Das ist das, der Bühne gefehlt. Ich weiß, was du gefehlt? Warum sieht man so so aus? Wollt ihr, warum wir nicht haben sie noch nie gesehen haben? Es gibt keinen Fall, keinen Fallen von sich. Sieht das, Golden Boy, ich weiß, was er ist. Ich weiß, was er macht. Was ist das? 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 Sieht das, bäser? Er hat einen Schwerpunkt in den Kopf gesehen. Es war nur um erinnern, dass er seine Liege aus dem Platz hat. Sein Schmerz war der Tonne, die er mit einem superiorer genutzt hat. Ich respecte die Japanese, Corporal. Respect? Wir sind hier, um die Sons und Bitches zu töten. Do you know why we're fighting the Japanese, Private? With respect, Sir. These bastards attacked Pearl Harbor. Und warum sie sie attackt, Pearl, Private? Weil sie die USA und unsere Art von Leben lieben. Sie attacken die USA, weil wir ihre Öl verletzten. Was würden wir tun, wenn ein anderes Land uns die Gas verletzten? Coal, Coal, der Seidenstrumpfen hat, oder? Ich denke, ich habe immer einen Namen aus. Wahnsinn. Ah, Phelps! Ich habe gerade mit Finn Bauer hier gesprochen, wie gut du warst. Schau ein Seat. Ja, mein euren Namen. Und du kannst einfach alles vergessen. Ihr Mädchen haben einen neuen Fall. Sie haben eine schwere Frau in der Stadt. Eine schwere Frau in der Stadt. Eine schwere Frau in der Stadt? Ja. Sie haben eine schwere Frau in der Stadt? Sie haben sie seit der Dahlia Fiend first struck. Phelps ist politely zu sagen, dass er denkt, dass das Mendes' Fall ist. Well, young Phelps, Sie gewinnen, und Sie verlieren etwas in der Polizei. Sie sind glücklich mit dem Müller-Case, Sir? Over the moon, boys! Die D.A. Sie können sich nicht mehr mit der Wahrnehmung, der Wahrnehmung, der Wahrnehmung, und der Lack von Analyse. Jetzt, raus und schaue mich auf dem Silber. Ich bin doch gerade erst gekommen. Was soll die Scheiße? Ich will nen Donut. Oh, I'm afraid, Es ist ein Schuss. Um vielleicht zu diesem Tag hängt jetzt am Morgen einmal zu Hause. Was machst du hier? Kannst du zu diesem ran gehen? Du fährst, Keule! Und ich fahr mit. Du haben die Einde? Es ist die Alley-Auf-Aliço zwischen Los Angeles und Alabama. Hör sie! Die nächsten Station wird der Oppositie-Szentrale. Ja, das bedeutet, sie können in die Offiz-Supply von Hooch, wenn sie es brauchen können. Nein, das ist keine schlechte Idee. Das ist keine schlechte Idee. Detektivs, sie sind bereit, die Show zu starten. Ich nehme dich durch. Oh, für Christus! Brüder, Pinker, die Gäste der Tod ist ziemlich wahr. Wir denken, wir würden besser warten, wenn du bereit bist. Ja, sind wir, aber erst im nächsten Part. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und tschüss!